Bist du? Da bin ich dort, ich bin jetzt hier. Interesting. Da das hier keine Tür hat. Weißt du, dass die, äh, haben die nicht von 30 auf dich geschossen und du ihn gerade in den Rücken zuwendest? Ne, eher von 105, oder? Ja? Ja, da kommen sie nicht von links. Die Hitte dabei, er ist nicht tot. Und okay. Wer ist das? Wer ist der Trucker? Ja. 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 Ja.